Ja, also die Panzersteuerung ist schon ein bisschen besser geworden. Ist jetzt noch nicht ganz das Wahre. Ich glaube, das wird sie auch nie wirklich sein. Vor allem nicht mit diesem Controller. Aber ist schon besser als Harry Potter im ersten Jahr. Da war er noch ein bisschen gehbehindert. Aha. Was wollte ich davon? Genau. Das hat einen Zweck. Alles hat in dem Spiel einen Zweck, sofern es ein Rätsel ist. Uiuiuiui, das war jetzt doof. Das muss man halt so sagen. Zack. Harry, was siehst du? Was rastest du so aus? Bin jung, ganz ruhig. Ganz ruhig, bin jung. Was ist denn? Ach, da oben ist noch eins. Oder rastest du jetzt? Ja, warum denn nicht? Einfach mal vor Gas geben. Ruhig, Brauner. Alles gut. Er rennt auch ganz panisch umher. Das ist das herrlich. Tolle KI, tolle KI. Achtung. Jetzt kannst du gleich wieder... Jetzt hast du einen Grund zum Ausrasten, Harry. Jetzt geht's los. Los. Voll Gas. Ja. Ja, ja, Harry. Ja. Los. Triff das Staubkorn. Triff es. Wo ist es? Wo ist das böse Staubkorn? Ne, wo? Ist tot? Sehr gut. Sieht erst mal so dann aus, ja. Zum Glück haben wir Harry. Gut. Gut. Ja. Find ich auch. So. Du bist hochgeklettert. Und du? Seil greifen. Mit A, Seil greifen. Ah. Okay. Dann bleib ich hier unten und, äh, halte Wache. Gut du das. Ja. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ach, darum bist du so ausgerastet. Hm. Nein. Dreh dich um. Au. Du wusstest, dass die hier oben sind. Oh. Was ist denn los, ey? Wo bist denn du? Harry hat sich schon wieder selbstständig fallen lassen. Ah. Oh. Oh. Ja, tschüss, Ron. Machst das schon, ne? Ne, ich will hier. Danke. Oh. Hallo. Habe ich jetzt was gekriegt? Ne, da drüben liegt sie. Doch, na doch. Eine Bohne hat es. Ja, ja. Aber die hatte ich noch nicht eingesammelt. Hüllt. Aber hey, du verlierst nicht mehr sofort alle Bohnen. Hm. Gürzt das? Moins. Moins, 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 moins. Durchsuche den. Ja, ich hab's verstanden, Game. Meine Fresse. Guck mal, die Bohnen leiten dich sogar. Ja. Bin nur zu doof, die Bohnen einzusammeln. Eulenfutter. Oh, toll. Och nein. Das Buch ist nicht sehr erfreut, dass du gerade das Feuer weg da weggenommen hast. Bei ihm das Futter weggenommen hast. Äh, ah. Ja, oder was? Teaser Geräusche. Es könnte ein Murloc aus, ähm, Haarstone sein, vom Geräusch, ja. Ah, da, 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 da. Fuck. In dem Gelände. Genau. Ich bin hier hoch. Komm ich hier hoch? Ich würde sagen, tatsächlich gar nicht. Da oben ist was. Das habe ich ganz genau gesehen. Hi! Ja, ne, die würde ich noch nicht anspringen. Ist sonst noch was hier im Raum? Außer Bücherregale, die ich nicht durchsuchen kann, weil ich nicht Ron bin. Ah, ich will die Treppe hoch. Lass mich hoch. Exgelinder. Was ich hier wohl tun muss. Fütterst du Hedwig, kannst du sie steuern und Dinge für Harry erledigen lassen. Hedwig! Dann denkst du dich, hast du Futter? Wenn nicht, hast du Pech. Hier, nimm. Hatten die jetzt gekriegt? Ein Fussel. War die Ratte. Ja, die hast du nicht gesehen. Vielleicht war es so klein wie ein Fussel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Flugsteuerung. Oh. Du und Fliegen in ekligen Game ist schwierig. Halte B fest, um zu fliegen. Halte B fest, um zu fliegen. Ach so, und mit Hedwig kannst du jetzt das Ding da oben einsammeln. Ja, genau. Oh, 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 oh. Da ist Wand. Sonst noch irgendwas Interessantes. Was ist denn da unten? Ich glaub, da kommen wir noch hin. Zack, bumm, hängen geblieben. Da wird wieder noch weiter geröchelt. Ist hier noch was? Hey, da ist ein Alphawand. Ich sollte die Kamerasteuerung vielleicht umstehen. Äh, die Flugsteuerung. Ach so, ist invertiert. Nein, nicht. Ach, hoch und runter ist halt invertiert. Also hochdrücken ist runterfliegen. Ja. Aber ach, wird schon. Und nach unten ist hochziehen. Eigentlich ist es ja richtig. Ja, eigentlich. Aber ist trotzdem hoch. Wenn man jetzt so vom Jet aus... Ich fliege keine Jets. So, da geht's wahrscheinlich weiter, oder? Ach so, nee, da kam er her, wa? Kam's von links und müsstest nach rechts. Woher weiß ich jetzt, dass es Mummenschanz ist? Woher? Er ist Potte. Er weiß... Naja, alles wahrscheinlich nicht. Lass dich nicht erwischen. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Alter, du hast da oben ja jetzt eine Karte, seit wann das... Was in einem Teil noch so, nö. Ich glaub, du sollst einfach... Die Frage ist halt... Kannst du nicht ganz normal laufen, nur dass du halt nicht in den Scan-Fokus reinlaufen musst? Darfst. So wie's aussieht, ja. Was ist das? War das? Glaubt, das wird wahrscheinlich später relevant. Dachst du damit, ich komm hier nochmal her, oder was? Kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Lass mich raten, ich muss da drüben hin. Danke. Okay. Gern rüber. Danke. Drücken. Ah, Tür geht rüber, okay. Gerade zu mir. Uiuiuiui. Uiuiui. Das war knapp. Hat der sein Radius erweitert? Ne. Der ist ja... Der ist ja eigentlich witzlos, der erste hier. Na, das ist einfach nur zum Einschüchtern. Also... Warte mal. Wir warten. Kann ich die Panzersteuerung... Die invertierte Steuerung... Ich will die ausschalten. Die Frage ist halt, wie kannst du hier speichern? Mit Select? Ja. Spiel speichern. Tun wir mal speichern. Oh. Ja. Will ich überschreiben? Ich weiß nicht, wie alt diese Spielstände sind. Option. Option. Flugsteuerung. Untertitel. Ach, es ist nur Flugsteuerung, die ich ändern kann? Ach, dann lassen wir es. Dankeschön. Okay, der wird schon interessanter. Na? Das wird auf jeden Fall schon mal interessanter, wenn du irgendwo hinwirst, ob es besser gescannt wird. Naja. Natürlich schmeißt du die Bohnen so weit in den Radius rein, damit du da reinlaufen musst. Sollte eigentlich passen. Nächsten geht auch. Ja. Also ich finde von der Schnelligkeit her, das merkt man, dass es halt das dritte Game ist. Ja, das ist alles nicht mehr ganz so behäbig. Ja. Kannst du dich duken? Nee, ne? Nee, ich muss da in den. Achso, da ist eine Einkerbung. Ah ja. Geht's da hin? Weiß ich nicht. Bin neugierig. Ach, siehste. Hat sich gelohnt. Bohnen. Eine Body-Botze-Bohne. Öffnen. Ich finde es schade, dass er nicht mehr sagt, was es für eine Bohnen ist. Ich bin so froh. Als ob ich aus diesen Truhen nur eine Drecksbohne rauskriege. XXL-Bohne. Absoluter Scam. Steht für 10. Nee, tut's nicht. Schön wär's, ne? Ich frau der Sache gerade nicht. Da ist der Scan. So. Danke. Sehr gut. Gerade Screen. Uh. Professor Steep. Unangenehm. AP. Was macht der? Nichts. Sagen wir, du wahrscheinlich nicht dicht genug dran bist. Wo kommst du vorbei? Also eher auch vorher vielleicht. Kannst du hinter ihm links lanke? Okay. Das war knapp. Ups. Rück. Hi. Hä? Ach so. Der Dude bewegt sich. So schnell. Ja, da waren noch Birdie-Bots Bohnen in diesen Dingern. Das weiß ich, aber... Hast du sie gefunden? Wie ist sie? Total klasse! Nun, das war's dann. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Wir haben immer was Interessantes für euch. Ich hab ein paar Bohnen. Absolut günstig. Na, das. Deine erinnern mich, Bling. Sieh mal in deiner Aufgabenliste nach, was das heißen soll. Aufgabenliste. Ja, das Bling. Wir haben alles erledigt. Nee, nee, ich will noch nicht Tag beenden. Ich will kaufen. Ich will Shopping. Ah, Tag beenden. Nein. Wie gesagt, Tag beenden. Ich aber nicht. Doch nicht. Alter, Ladescreen, das Ding geht's geil. Junge, was schleißen? Tu dich hier so an. Ich bin müde. Und das nennst du absolut tolle Sachen? Mega-Power-Trank. Ich würde sagen, du musst wahrscheinlich mit dem quatschen. Was rufst du dieses Flash hier in Mega-Power-Trank? 20 Berti-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Nimm mal mit. Mega-Power-Trank. Sollte man immer zur Hand haben, ey. Ich will kaufen. Was kostet dieses Flash? Ich darf nicht kaufen. Ja, die... 20 Berti-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Der da innen zwischen Waschbecken hockt. Ach so. Dass es halt so ein Kaufmenü ist. Nein, doch, den Sabbel. Oder kannst du... Ich kaufe mir das auch schon. Äh. Äh. Was kostet diese Karte? 100 Berti-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Von wegen günstig. Heul. Leise, Chantal. 100 Berti-Bots-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ja, nö. Wucherpreise hier. Ei. Ich würde gerne diesen Mega-Power-Trank kaufen, aber ich darf vielleicht auch nicht. Ja, wir gehen schlafen, wir wollen. 20 Berti-Bohnen. Wucher. Einfach nur wuchen. So. Hier raus. Weg. Lass mich! Rum, brum, brum. Ach so, warte mal. Wie ist das? Der kann jetzt... Alles durchsuchen. Überall. Die klauen uns ein Böhnchen raus. Hä? Wir hatten doch mal viel mehr. 41. Ach, wir haben die Mega-Power-Trank, glaube ich, einmal gekauft, oder? Ich weiß nicht. Ich habe auf eine Bohnenanzahl vorher nicht geachtet. Ich hatte irgendwas mit 60. Hm. Aber. Chun. Ich weiß nicht. Wir haben die Bohnenanzahl pela 3.